und mache ihn bei paddards mit anja und nico ja ich hab dich auch vorgestellt hallo dass das stellt mich einfach nicht vor oder waren regen schon was gesehen wer weiß und eine schwertfähigkeit wer weiß ob wir die brauchen aber wenn wir das brauchen sollten dann kommen wir noch mal zurück und geht's hoch oder gehe ich rein bitte nicht wieder beim strudel das schlimmer als jeder strudel den wir je mitgemacht haben hier was verpasst eigentlich nicht aber ich hätte mal rechts gucken müssen weil du recht sich links okay du hast es nicht ja wir haben es extra aufgeteilt und du machst es nicht kaputt da guck da das hätten wir haben können jetzt ich hab dir vertraut na ja das war ein fehler ja noch mal schaffst du es diesmal oder soll ich auf die andere seite oder ja ich bleibe da wo ich bin ach weißt du was ist rechts links rechts ach scheiß fisch da so den koch traurig nicht wo der koch super süß ist eigentlich das mit ihnen endlich der koch kann ja nichts dafür man braucht ja ja aber das ist das ist ja wohl das wichtigste also rein theoretisch ja gebe ich dir recht nur zum weiterkommen in den leveln ist es halt keine keine wertvolle fähigkeit wenn ich einmal nicht möchten die benutzen ich bleib bei meinem hammer der ist halt doppelt gut ich kann die eckermann knutschen schnell schnell wer zu spät vom höchsten über mich einfach bis hoch gehüpft mensch ja ja du wolltest mich gar nicht jetzt bin ich gerne lieber weg von dir als zu dir hin das gefühl hatte ich auch ich hatte recht diesmal in silber und gold und agentu das mit teilen du das mit teilen um mein gott es ist so süß das sind die kleinen so ich fühle mich ein bisschen schuldig wenn ich die haue ehrlich gesagt ich sehe nicht mehr durch der scheiß wir sind auf deiner ja ich hab mir höchstes geben sind aber auch hofflige da musst du ein bisschen aufpassen aber im mittelteil können die auch noch mal ihre ebene wechseln sozusagen anscheinend der jahre bestehen die kleinen sie alle getötet ihre nachfahren so jetzt den erwischt noch mal ein herz auf seine leichen schmeißen wollen einmal noch und dann ich habe mich verfolgt aber ich habe mich über den links oh nein ah sehr gut die rumgeflogen sind klang oh oh die sind die sind explodiert die anderen liegen dann wenigstens und stehen wieder auf und gehen nach hause zurück zu ihren familien die stehen nie wieder auf oh man oh ja auf dem nächsten planeten sind bestimmt überall so vermissten anzeigen von auro und und agentu oder wie der hieß oh man das waren bestimmt voll die liebenden väter du hast ja alle ihre kinder gesehen ja obwohl alle die Zeit für viele kinder alleine müssen die kinder ja auch nicht mehr aufwachsen die sind ja auch kaputt alle tot die ganze hinter dem horizont ja ey wir wir sind die bösen ich sag's dir wir sind die bösen das war's mit Mondmarine und mit dem unguten Gefühl lasse ich euch nun zurück bevor es in der nächsten Folge mit Planet Kaverna oh das sieht jetzt schon kacke aus weiter geht also dann tschüss tschüss klang, kommentieren, abonnieren tschüss 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 Vielen Dank.